Ja Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey, meine Damen und Herren. Wir machen heute weiter bei der Piratin Xenia. Äh, ja, bei der Piratin Xenia. Ich will nochmal ganz kurz einen Sicherheitssaver machen. Ne? Oh ja, ja, komm bitte warten, bitte warten, bitte warten. Sollte schnell gehen, hoffentlich. Danke. Ja, ist gut. So, gut, dann begeben wir uns heute natürlich auch dahin, zur Piraten Xenia. Ähm, denn, wir müssen jetzt mal weitermachen mit Insel des Unglücks, damit die letzte Quest, äh, die wir von diesen Dreier-Quests bekommen haben, das ist sozusagen jetzt die letzte, bin mal gespannt. Wow, what the fuck, alter, lol, Arschloch, was geht's dir wieder? Für sowas noch im Video, alter, mich so zu erschrecken, du, du kleine, du kleine Kröte, du. Wobei, ich bist ein Schwein, aber mir egal. Hier bin ich. Ja, doof, ne? Ne, oh, da fahrt er auch noch neben geschossen. Ja gut, ich bin nicht so, ich bin nicht so gut mit dem Bogen. Reagiert zumindest nicht. In meinen Spielen bin ich echt besser. In Last of Us war ich tatsächlich gut mit dem Bogen. Das war, äh, sogar mal die Hinschiffe. Aber sie ist halt, oh ja, ist ja gut, ich hasse diese Schweine. Ich bin nicht so beschissen, die Viecher. Die blöden Kack-Säure, alter. Also so Wildschweine, äh. Oh, wie ich die scheiße finde. Diese blöden Viecher, ey. Los. Oh, sind die damit gemeint? Da ist eine Wache. Das lohnt sich schlecht. Hi, yo. Ne, aber ist eine andere, ne? Ja, komm, egal. Ich kann ja, den hau ich aus dem Maul. Die haben sich alles verdient, hab ich gehört, ey. Das sind ja keine. Also sind die Spadiaten? Nein. Würde mich sehr wundern, denn. Na, komm, ich kopfgeld 0 für euch nicht. Ah, seid ja auch nicht wichtig. Ja. Ist so doof gelaufen. Der, der sich, der sich meine, der meine Klinge kreuzt. Ich kippe das Maul. Oh, hey, hey. Ah, fang mit dem Blödsinn. Bin's ja wohl. So, äh, du-du-du-du-du-du. Ah. Ach ja, hier war das. Genau, hier waren wir ja schon mal. Aber wir sind einfach dran vorbeigelaufen, weil ich erstmal die Insel erkundet hatte. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht mit unserem... In unserem Laden hier. Mit unserer Story. Was weiß sie, was wir nicht wissen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kann natürlich auch gut sein, dass wir ein paar Quests jetzt übersprungen haben, auf Versehen. Oder nicht übersprungen, sondern schon gemacht haben, obwohl sie es noch gar nicht bekommen haben. Da hat jetzt schon die komplette Insel erkundet hatten. Wow, Alter. Toll. Götter, habt Gnade! Du willst Gnade? Gnade! Gnade! Weil ich besser bin? Gnade! 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 Also, sprich! Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Cassandra. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden? So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was genau soll es kosten? Wenn man bedenkt, dass du einige meiner Leute niedergemetzelt hast, wäre eine Entschädigung angemessen. Warum so viel? Warum brauchst du so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. So viel habe ich nicht. So viele Drachmen habe ich nicht. Das überrascht mich bei deiner Berufswahl. Wie kann ich sicher sein, dass du sie finden wirst? Ich kenne Myrene schon. Woher kennst du ihren Namen? Ich weiß noch einiges mehr. So viele Drachmen aufzutreiben wird nicht leicht. Du hast ein Schiff und eine Mannschaft. Das reicht, um in Corecia Arbeit zu finden. Und es gibt einen Haufen Drachmen in einer Befestigung auf der anderen Seite der Insel. Du willst, dass ich von deiner Insel stehle? Die anderen Einwohner sind nicht ganz glücklich über uns Piraten. Ihr Anführer hat ein Vermögen angehäuft. Haben sie keine Drachmen, können sie keine Dummheiten machen. Keine Sorge. Solange du für mich arbeitest, bist du eine von uns. Okay. Die Piraten helfen nur, wenn es dafür eine Schiffsladung Drachmen gibt. Ja, okay. Scheiße. Ja, klar. Und das Piraten. Wie haben wir dann? Oh, das sind immer noch 10.000? Ja, okay. Ja, müssen. Muss ich? Oh Gott. Ja, gut, okay. Dann will ich uns die drei Quests hier mal annähern. Dann machen wir erstmal das hier. Dann tun wir uns hier mal ein paar Quests hier. Hier, war ich irgendwie? Habe ich das nicht schon gemacht? Kann ich den Schatz? Achso, kann ich den Schatz gleich nochmal klauen? Ja, geil. Ja gut, Schatz klauen wieder raus. Es wäre jetzt sogar ganz geil. Genau. Ne, so. Genau. Dann machen wir erstmal die anderen Sachen. Und den Schatz hol ich dann später. Jetzt, wenn mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Ähm. Achso, ist ja vielleicht natürlich auch intelligenter gewesen, erst diese Quests zu starten. Als wie ich es jetzt eben gemacht habe. Mal letzten Mal. Egal. Ist ja nicht so schwer, das Spiel. Na, was gibt's? Kann ich euch helfen? Hoffentlich doch. Brauche Arbeit. Da muss man so eine Glocke rumlaufen. Ich brauche Arbeit. Brauche Drachmen. Nein, mit einem Handelsschiff nach Tera und zurück zu segeln. Xenia hätte den Miltos echt gebrauchen können. Die Drachmen wären eine gute Unterstützung im Kampf gegen. Können wir dir irgendwie helfen? Ja, ihr sprach gerade von einer Lieferung. Wir sprachen von rein gar nichts. Nichts, was dich irgendwas angehen würde. Und ob. Ich will mehr darüber erfahren. Nun, mir ist ziemlich egal, was du willst. Er erzählt mir sofort von dieser Miltos-Lieferung. Ich muss dir gar nichts erzählen. Versuch's nicht mal. Wir stehen unter Xenias Schutz, so wie alle anderen auch. Na los, verschwinde von hier. Xenia und ihre Leute haben hier alles zerstört. Glauben Sie, dass die Bewohner ruhig bleiben, wenn sie alles niederbrennen? Wenn es Geld wert ist, finde ich es. Sie sagte, das Schiff sei auf dem Weg nach Tera. Guttacis zog nach Lettris, Südde von Chaos. Ach, da hab ich den Questmarker. Äh, wo ist denn das? Ja, ach du Elend. Ja, okay. Okay, dann hol ich den. Wo steht mein Schiff? Da hinten. Na gut. Alter, wird die, 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 die sind die ja richtig viel. Nee, Fischer. Sehr schön. Gott. Mann, wir, wenn wir schon daran jetzt vorbeirennen, dann können wir den Startschatz kurz mitnehmen. Aber ich nehm ihn nur mit. Ich will ihn noch nicht abgeben. Ähm, abgeben ist später in der Reihe. Müssen wir jetzt immer daran denken, ich kaufe nix. Also auch keine Verbesserungen für das Schiff. Wenn, ähm, bis ich sie bezahlt habe. Also da wird, äh. Oh, Entzert bin natürlich. Klaro. Und der war mit. Klaro bist du schneller als ich. Jemand nutzt mich irgendwie jedem Viecher anzulegen. Jedem Tier muss ich mich erprügeln. Da hab ich jetzt auch nichts. Ich hab so die Lust drauf. Wenn ich mal ehrlich bin. Dann dauert das immer drei Jahre. Dann prügeln die mich. Und dann muss ich die wiederhauen. Und dann geht's immer so weiter. Ist schon nervig. Interessant. Xenia scheint doch nicht die ganze Insel zu kontrollieren. Lol, hat's doch gesagt. Hier sind wir ja auch ganz theoretisch fertig. Ich seh jetzt nur, dass wir. Lässt wir uns nicht schon mit dem Schatz der Kurze machen. Äh, das Feuer ist wieder. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Neuer Anführer. Ja. Gein, können wir jetzt wieder killen. Finde ich gut. Mach ich auch nie. Aber echt ein gutes Motto mit Keinen Gefangenen. Ah, ich wollte nicht da runter treten. Also echt Momentan echt gutes Motto. Ähm, ja. Na gut, Knapp vorbei ist auch daneben. Tschüss. Ich will doch eigentlich, wenn das geht, nur den Schatz holen. Und ohne jetzt großartig abzumäzigen, wie die Böcke geklappt. Und dann wird's irgendwie gut. So klar, dass du da runter springst. Ganz schnell hier wieder hoch. Dann würde ich jetzt erstmal ganz gerne hier hin. Und dann kurz einen Schatz holen. Dann reicht das. Aber wir müssen ja jemanden bezahlen. Klar ist auch eine Pirate. Das hätte ich mir auch denken können. Piraten machen ja nie was umsonst. Also. Jetzt. Nein. Oh. Da hoch. Bitte. Danke. Danke. Ich bin ja immer bei meinen 47 Metern. Das war nur ein Bildung. 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 Obwohl. Obwohl. Geh runter. Nein. Ich wollte da rein. Was ich dir das nicht getan. Scheiße. Tschüss. Bin so am Arsch gerade. Lass mich rein. Ah. Den brauche ich leider. Ja. Oh. Geil. Achso. Das war der Auftrag. Aber ich habe geschlossen. Sehr schön. Aber man habe das Geld. Oder wie theoretisch. Ja. Ja. Immer noch nicht. Achso. Toll. Hat das Ding. Trotz. Das ist der Schatz. Deshalb ich das Geld. Immer noch nicht. Gott. Dann geht es jetzt an. Nach diesem. Klein. Vitzelorter. Hoch. Egal. Fissen uns Ich hab alles Rauch Hallo Jetzt springt ihr da runter Dann hol ich mir jetzt mal ein Schiff Und gut ist Gut In Schatzschatz habe ich Das reicht Gut dann haben wir bald Geld zusammen So wenig Geld hab Aber ja klar Wir hatten da Wie am Ende Das Schiff ausgegeben Na ich brauchst auch sonst Sehr selten Geld Sehr gut Bereit zum Aufbruch Und jetzt Dahin Untergang Mein Neuischer Palast Okay Gucken was uns jetzt hier erwartet Erst wenn die Typen mir nicht sagen wollen Was ich wissen will Dann haben wir eine neue Quest Sehr gut Sehr gut Da ist das Schiffswrack Und da ist die Ladung Kapitän hat die Steuer verlassen Aber wir müssen hier den Tauchgang hinlegen Na gut Und hier gibt es noch eine Quest Ja Quats gibt es ja Neben Quats gibt es ja Da viele Oh warte Äh ja ich bekomme nur Höhlen Oder was Und hier gibt es ja okay es ist hier ja einfach das sind hier viele das sieht aber auch schon irgendwie cool aus muss man schon mal sagen alles spürt schon coole momente so jetzt werde ich gleich wieder ein bisschen schneller lesen das liegt aber daran dass ich hier unter wasser bin stolz auf den ort griechische welt chaos wenn du nicht zurück nach chaos segelst dann sucht du den bruder des marmor löwen er steht auf der halbinsel bei apple apple soll es zuflucht du findest mich aber auch mal auf seinem rücken überall wenn du mich jetzt nicht angreifst er ist freundlich danke okay also deswegen da unten die ganzen also ich verstehe das und natürlich schon her wird wir wollen doch gar nicht und dann meinten sie das hier mit okay die ganze quest ist die quest besteht aus bergen okay das kann ich gut die du danke sehr ich bedanke mich wo mir noch mehr ist auch mal eine coole quest hatten wir auch schon öfters als als fragezeichen ding aber als quest glaube ich doch gar nicht oder ich möchte nämlich daran wollen ich mir zu dieser quest ich glaube nur als fragezeichen daran ja ist klar das hatten wir schon sehr oft aber als quest ach so das nächste hier unten danke und damit kann ich ja wohl geld machen ne sehr schön was will denn diese person von mir hier ich weiß dass die lage nicht gut aussieht es war einfach ein unbewaffnetes handelsschiff du gabst es poseidon und bis dann auf die felsen aufgefahren wir sind nicht weit von chaos man wird uns finden ich hoffe die haie finden dich zuerst halt dich gefälligst daraus der kapitän wird bekommen was er verdient hat worum geht es hier was hat der mann getan was hat er nicht getan hat er euch beleidigt euch arme empfindsame piraten wir hätten nie mit diesem malakas arbeiten dürfen wir kriegen endlich einen auftrag von senior und er setzt unser schiff auf grund warum seid ihr hier wie seid ihr auf dieser insel gelandet ich kann es erklären ich bin der schiffsführer von dir haben wir genug gehört schiffsführer ich möchte es vom schiffsführer selbst hören wie ich sagte wir gerieten in eine große seeschlacht dank mir waren wir siegreich und dieser sieg war so süß ich hatte nicht gemerkt wie nah wir den felsen gekommen waren ein kleiner fehler nun wenn du uns einfach nach kiosk zurückbringen könntest der mann ist euer captain dieser mann ist euer schiffsführer schiffsführer kann man nur sein wenn man ein schiff hat und dieser mann hat keins mehr es würde sich für dich lohnen wenn du mich zurück nach chaos bringt zur seite ich sorge vor ort geht mir aus dem weg ich bringe schiffsführer gothasis zurück nach chaos du wirst noch bereuen deine nase in dinge zu stecken die dich nichts angehen er hat uns zu oft in die scheiße geritten nein der schiffsführer kommt uns nicht davon geh hinter mich und bleibt dicht bei mir als die aus dem maul also könnte man question dem blatt was aber sie stirbt ich brauche das geld ach du elend er ist mir sagen könntest die gift haben eine scheiß crew hat es her und der gift ist immer stark na ja ist gut jetzt na das war ein kampf danke dir wenn du mich jetzt noch nach chaos bringen könnte ist wäre eine belohnung für dich drin das hoffe ich du hast gesehen was mit leuten passiert die nicht meiner meinung sind komm mit zu meinem schiff ich bring dich nach hause also ja das ist ja es eine beste die beste die bessere question wenn ich bekommen kann das muss man sagen eine bessere question wäre das ist ja eine quest sozusagen die uns gar keine zeit frisst weil wir müssen da sowieso hin also bessere quest geht nicht ok reisegeschwindigkeit warum ist das zeug so wichtig was bist du für eine pirate dort zu ende gesammelt dann kann ich war da aber das ist nicht die insel steuern andere insel haben wir aber auf der insel hier schon die jetzt gleich kommt das ist es chaos das ist so es ist schon chaos aber ja ok dann erfahrt das ist chaos ok aber es ist eine super quest nur kommt dafür wenn er noch extra erfahrungspunkte mit den quatsch nur dafür dass ich wieder zurückreise was ich sowieso hätte getan sowas muss öfters geben solche kurs sind nicht öfters solche quatsch will ich öfters sehr schön Vielen Dank Was ist das? Das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Wo ist dein Schiff? Ach... Die Felsen bei der Insel waren trügerisch. Oh, ich bin mir seiner Seemannskünste durchaus bewusst. Eine Ziege könnte dort segeln. Ach, mal lacker. Was zählt es, dass du am Leben bist, Bruder? Er ist dein Bruder? Es wäre leichter, wenn er es nicht wäre. Was ist mit der Mannschaft? Die Hunde wollten meutern. Wenn die Söldnerin nicht gewesen wäre... Dann wäre er tot. Dann wirst du belohnt, Söldnerin. Kotarsis versprach eine Belohnung. Eine großzügige, wenn ich mich recht entsinne. Dann bezahl sie. Ich? Aber du bist die mit... Na schön. Komm mit mir, dummer Bruder. Hab Dank, Cassandra. Familie ist Familie. Ich danke dir für sein Leben. Da.